Nachdenkseiten. Die kritische Website. Negativste Konsequenzen. Russland reagiert mit drastischen Worten auf Stützpunkt in Rostock. Ein Beitrag von Markus Klöckner. Die Botschaft der Russischen Föderation hat sich mit eindeutigen Worten zum neuen maritimen taktischen Hauptquartier für die NATO, kurz CTF-Bortik, in Rostock geäußert. In einer Stellungnahme heißt es, die schleichende Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und die Militarisierung Deutschlands würden fortgesetzt. Russland warnt Berlin vor negativsten Konsequenzen. Es gibt die Sicht der NATO und es gibt die russische Sicht. Dass unterschiedliche Parteien unterschiedliche Ansichten haben, ist gewiss eine banale Erkenntnis. Wenn allerdings auf der Bühne der großen Weltpolitik Weltenlenker die Ansichten ihres Gegenübers ignorieren, kann das sehr gefährlich werden. Mit der Eröffnung des neuen Hauptquartiers der deutschen Marine in Rostock erfolgt von Seiten des Westens ein weiterer Schritt hin zur Provokation Russlands. Das ist zumindestens die russische Sicht. Und so hat die Botschaft der Russischen Föderation eine im Schrifttext verlinkte Stellungnahme veröffentlicht, die es in sich hat. In deutschen Medien wurden die Aussagen im Wesentlichen nur am Rande und dann auch nur bruchstückhaft wiedergegeben. Die Nachdenkseiten haben sich die Stellungnahme angeschaut und geben im Folgenden zentrale Aussagen wieder. Eklatanter Verstoß gegen Geist und Buchstaben des Vertrages vom 12. September 1990 Russland hatte am Dienstag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt, um ihm einen deutlichen Protest zu übermitteln, wie aus der Stellungnahme der Botschaft hervorgeht. Mit dem Beschluss der Bundesregierung werde die schleichende Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und die Militarisierung Deutschlands fortgesetzt. Aus russischer Sicht liegt ein eklatanter Verstoß gegen Geist und Buchstaben des Vertrages über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland vom 12. September 1990 des sogenannten 2-plus-4-Vertrages vor. Unter Artikel 5.3 heiße es darin, dass Deutschland dazu verpflichtet sei, keine ausländischen Streitkräfte auf dem ehemaligen Territorium der DDR zu stationieren, beziehungsweise dorthin zu verlegen. Moskau verdeutlichte Lambsdorff, dass von der Bundesregierung eine unverzügliche und erschöpfende Positionierung zu diesem Sachverhalt gefordert werde. Dann heißt es, an der Stelle drängen sich tragische Parallelen zur Remilitarisierung des Ruhrgebietes durch Deutschland im Jahr 1936, was unter Verletzung des Vertrages von Versailles von 1919 geschah. Gegenüber dem deutschen Botschafter sprach Russland von einer »historischen Amnesie«, die sowohl Politiker in Europa als auch deren Betreuer in Washington infiziere. Russland betonte, wie weitreichend die Katastrophe für die Völker Europas während des Zweiten Weltkrieges war. Die Rede ist von einem blinden Hass auf die UdSSR. Und weiter heißt es, in der aktuellen historischen Phase haben die einstigen westlichen Alliierten nicht nur ihren Segen dazu gegeben, dass Berlin eines der grundlegenden völkerrechtlichen Dokumente verletzt, sondern sie sind dabei zu unmittelbaren Komplizen geworden. Und schließlich adressiert Moskau eine deutliche Warnung. Die Regierungen in Washington, Brüssel und Berlin müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Ausdehnung der militärischen Infrastruktur der NATO auf das ehemalige Territorium der DDR die negativsten Konsequenzen haben wird und nicht ohne angemessene Reaktion der russischen Seite bleibt. Soweit zur Stellungnahme der russischen Botschaft. Fatale Ignoranz Es wird deutlich, wie schwer beschädigt mittlerweile die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland beziehungsweise dem Westen sind. Noch klarer, schwerwiegender und weitreichender kann eine Kommunikation auf Ebene der Diplomatie kaum sein. Und das Fatale ist, auch diese Botschaft Russlands scheint einfach übergangen zu werden. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.